Geht los. Nimmt auf. Das wird super ein Catch-On Video. So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Toyota USA 2 Daytona Live Edition mit Andy vs. Andy Das ist halt sehr interessant. Man sieht kein bisschen wass, aber das liegt daran, weil es klimmert. Ich versuch mal jetzt hier weiter. Boah, die Kamera vom Fernseher ab für Bescheid. Jööö, die Kamera ab. Das war meine Idee, aber... Es klimmert, man sieht im Grunde den Scheiß. Ja, hallo, hallo. Uf, 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 uf. Dann wird ja wieder jemand so einer fliegen, so wie ich vorhin. Ich glaub ich hab mein Auto einmal quer durchs halbe Universum gejagt. Bis er in diese dumme Horrorspinne ankam. Wir sind hier irgendwo im Kino, ich hab keine Ahnung wo. Irgendwo in den Hosen. Irgendwo in den Hosen. Irgendwo in den Toiletten. Ich weiß, ich weiß, Leute. Oder Drucker, die nicht scannen oder Scanner, die nicht drucken. Ja, natürlich. Boah. Oh, volle Möchtegern-Berufheit. Andy steht vorhin. Oh, jetzt überholt Andy, Andy. Na, na? Schafft Andy, Andy zu überholen? Andy ist noch in Führung, so wie lange kann er das noch halten? Andy ist in Führung. Andy führt und Andy baut seinen Frühstück mit auf. Andy kommt nach. Andy, das zieh doch an. Ey, aber insofern geht mir der Spaß mal so an. Guck mal. Selbstverständlich, dass das auf HD auf 120.000, 10.000 Pixelrenner würde, würde man kein Stück erkennen. Hier gibt's Trink-Tank. Na? Oh, und dann schauen wir uns immer wieder an. Es ist doch so schlimm wie bei Mehl-Tank hier. Mehl-Tank! Heng an Mehl-Tank. Hey, Shadow? Ja. Ist das nur die Kauf-Planze, die Kühe auf den Kühlregalen? Das klingt halt nicht so... Das klingt halt auch nicht so weit. Ja, ich krieg's mal verwendig. Man kann driften. Schon mal gehört das Wort? Ein bisschen vom Gas, wir machen mal irgendwie. Ja, oder so. Andy ist immer noch hinter Andy. Kann nicht weiter vorauskommen. Na, bitte. Schöpfen, den irgendwann einzuholen in den nächsten... Er kommt nah dran jetzt. Jetzt hat er... Oh! 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 Der hat er gewonnen. Der Ritz in die Pfanne. Das ist immer so in der vorletzten Runde. Oh! Oh, der hat Andy... Oh, der hat Andy... Oh, der hat Andy... Oh! Oh! Na, das schafft Andy noch... Eine Runde noch. Jetzt ist er in der letzten Runde. Jetzt entscheidet sich. Ah, das schafft er, das schafft Andy noch. Welcher? Wenn Andy jetzt bei Andy überholt, dann könnte das Land noch was passieren. Oh! Oh! Ich wette, Andy gewinnt. Oh! 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 Ja, das will ich auch probieren! Dass du einen Verlierer zeigen! Der Verliererer verlässt den Platz. Der verräts sich grad mit einem Vanenten. Ja. Der Rekt kommt wieder aufду. Der kommt wieder auf der Tonne. Der Kommissar vom Verlierer. Fucking you! Wenn ich's mal in das Ergebnis dazu sagen darf... Es war ein sehr spannendes Rennen. Ich hätte nicht gedacht, das ich ihn jetzt noch schaffen kann. aanno. Auf Wien, trotzdem, ein schönes Rennen, gerne wieder. Wie fühlen Sie sich als Gewinner? Sehr gut, danke. Wie voll kreft mit mir. Mit oder ohne Peitsche. Mit oder ohne Peitsche. 夜の帳が降りる頃に さあ眩いほど光る世界で君を探そう 追いかけても 零れそうな星空は果てしなくて 君の背中のように 追いかけても 答えのない星たちに 届くのかな この揺らめき 君への 思いを 響かせたい ご視聴ありがとうございました。 あとは もっと みなって もっと もっと みなって もっと みなって もっと みなって 私は と